Yo Leute, was geht ab? Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Schnell und Einfach. Das ist schon Folge 6 und heute werde ich euch zeigen, wie man in Minecraft Dorfbewohner vermehren kann und wie man auch eine Farm bauen kann, die das Ganze automatisch für einen übernimmt. Viel Spaß! Um Dorfbewohner in Minecraft zu vermehren, braucht man rein theoretisch nur drei verschiedene Sachen. Und zwar braucht man zum einen natürlich Dorfbewohner, die sich dann vermehren können und diese Dorfbewohner brauchen dann auch Nahrung im Inventar. Das bedeutet Brote, Kartoffeln, Karotten oder rote Beete zählen dazu. Und was man dennoch braucht, sind Betten. Und zwar braucht man in dem Dorf quasi Betten, die übrig sind. Das bedeutet, wenn wir jetzt irgendwie zehn Dorfbewohner haben und wir haben elf Betten, dann könnten die sich halt einmal vermehren, weil sie quasi ein Bett frei haben für eben das nächste Kind. Und dementsprechend braucht man eigentlich, wie gesagt, nur diese drei Dinge, um Dorfbewohner auch vermehren zu können. Wenn man zum Beispiel nicht genug Betten hat, dann kommen da zwei Herzen bei den Dorfbewohnern, wenn sie Nahrung im Inventar haben, aber dann kommen auch diese Gewitterwolken und die zeigen halt an, wir haben hier nicht genug Betten, wir können uns jetzt hier nicht vermehren. Und um Villager jetzt effizient zu vermehren, empfehle ich euch daher, einen sogenannten Villager Breeder zu bauen. Das ist eine Farm, die quasi automatisch die Villager vermehrt, wo sie sicher sind vor Zombies zum Beispiel und wo sie halt gleichzeitig auch Nahrung farmen können, wo sie Betten übrig haben und wo halt auch die Villager Babys dann im Endeffekt auch von den Eltern, sage ich mal, getrennt werden und ihr sie dementsprechend auch transportieren könnt, je nachdem, wo sie halt hin sollen. Also wenn ihr zum Beispiel irgendwie ein Dorf baut oder sowas, dass ihr dann halt eine Strecke mit Wasser macht, dass die Villager Babys dann direkt ins Dorf gebracht werden zum Beispiel oder ihr könnt sie zu eurer Trading Hall bringen, wenn ihr handeln möchtet und so weiter. Und dieser Villager Breeder ist gar nicht so schwierig zu bauen. Das erste, was wir dafür machen, ist, wir suchen uns natürlich einen Platz, wo das Ganze hin soll und dann platzieren wir in die Mitte erstmal einen Wasserblock. Da habe ich jetzt in diesem Fall noch eine Trap dort drüber gemacht, damit man nicht reinfallen kann und da drumherum platzieren wir dann ein paar Ackerbodenblöcke, beziehungsweise hacken wir da halt mit der Hake Ackerboden hin, damit da halt auch später gefarmt werden kann, damit die Villager quasi immer unendlich Essen haben und sich dementsprechend unendlich auch weiter vermehren können. Ich habe euch hier auch einmal das Layout eingeblendet, da seht ihr das ein bisschen besser. Also die roten und orangen Blöcke, das sind jetzt Ackerbodenblöcke, in der Mitte ist halt das Wasser und drumherum sind dann halt nochmal Grasblöcke und nochmal so eine Grenze, sage ich mal. Und die schwarzen Blöcke, das werden dann später so diese Tunnel, wo halt die Babys dann reinfallen sollen. Wenn wir den Ackerboden soweit fertig haben, lassen wir drumherum erstmal eine Reihe Blöcke frei und danach machen wir noch eine Reihe Blöcke, die habe ich jetzt in diesem Fall mal mit dem dunkelgrauen Konkrete gebaut, einfach nur damit das ein bisschen besser sichtlich ist quasi, das müsst ihr jetzt nicht machen, aber man erkennt es halt besser. Und da platzieren wir dann jeweils in die Ecken Komposterblöcke und jeweils nochmal zwei Betten dazu und das wird nämlich dafür sorgen, dass die erwachsenen Villager zu Farmer-Villagern werden und die sind halt in der Lage, um auch diese Felder zu beackern quasi und können dementsprechend die Karotten ernten und wir haben ja eben gelernt, dass man eben Nahrung braucht, um die Villager zu vermehren und so kriegen halt die Dorfbewohner dann im Endeffekt ihre Nahrung und können sich die selber farmen. Und dazu noch die Betten, insgesamt werden wir am Ende vier große Villager drin haben, also vier erwachsene Villager und wir brauchen ja Betten, die übrig sind für Baby-Villager, dementsprechend machen wir hier acht Betten hin, statt nur vier, damit die sich eben weiter vermehren können. Und als nächstes bauen wir dann hier diese Gräben, die sind insgesamt vier Blöcke tief und da oben drauf kommen dann einmal Trapdoors, die wir umklappen. Das wird nämlich dafür sorgen, dass die Baby-Villager denken, sie können da rüberlaufen, weil da ja theoretisch ein Block ist, also der Trapdoor-Block zählt als Block und die Villager-Babys denken, sie können da rüberlaufen, aber wenn wir sie halt einklappen, dann können sie nicht rüberlaufen, obwohl sie es denken und dementsprechend fallen sie dann runter. Und was wir dennoch machen ist, wir platzieren da über dann eine Reihe Blöcke, so dass halt Villager-Babys, die sind ja nur einen Block groß, da unter durchlaufen können, aber die großen Villager eben nicht. Und das wird nämlich dafür sorgen, dass die großen Villager im Endeffekt immer in der Farm bleiben und sich halt immer weiter vermehren können. Und die Baby-Villager allerdings, die fallen dann immer runter und da unten könnt ihr sie dann halt mit Wasserströmung zum Beispiel zusammentreiben und dann halt da hinbringen, wo ihr sie halt hinhaben möchtet, wie gesagt, in eure Trading Hall zum Beispiel oder in euer Dorf. Danach könnt ihr das Ganze dann natürlich noch ausleuchten, damit da halt keine Zombies reinkommen. Insgesamt solltet ihr halt darauf achten, dass da halt keine Zombies hinkommen, weil das wäre halt ein bisschen blöd für die Farm. Und dann solltet ihr am besten zum Beispiel Karotten anbauen. Ihr könnt theoretisch auch Kartoffeln anbauen, allerdings ist es bei Kartoffeln so, dass man, wenn man Pech hat, halt giftige Kartoffeln erntet und das würde dann halt einen Inventarplatz von den Villagern blockieren und dementsprechend würde ich euch eigentlich Karotten empfehlen, weil es da keine giftigen Karotten quasi gibt, die da was blockieren können. Aber im Notfall würde ich sagen, gehen auch Kartoffeln. Und danach könnt ihr halt, wie gesagt, einmal eine Mauer drumherum bauen. Die sollte eben so hoch sein, dass da keine Zombies reinkommen und ihr könnt auch am besten ein Dach drüber bauen. Das habe ich jetzt hier nicht gemacht, weil man das sonst nicht mehr so schön erkennen würde. Aber im besten Fall würdet ihr das halt einmal komplett sicher machen und dann müsstet ihr nur noch vier Villager da reinbekommen. Und dafür würde ich euch eigentlich empfehlen, erstmal zwei Dorfbewohner-Zombies zu finden und die zu heilen und dann da reinzubringen. Wie man die Dorfbewohner-Zombies heilt, habe ich übrigens schon mal in einem Video erklärt. Ihr könntet allerdings auch ein Dorf suchen und dann von da erstmal Dorfbewohner entführen quasi und die da hinbringen. Hauptsache ihr habt halt mindestens zwei erstmal, weil mit diesen beiden könntet ihr dann halt schon mal die anderen beiden großen Villager quasi züchten, weil ich würde euch insgesamt empfehlen, halt wie gesagt, vier Villager da drin zu haben. Das ist so das Beste, womit ich so Erfahrungen gemacht habe, was so die Produktivität quasi angeht. Und dann könnt ihr es halt so machen, wenn ihr zwei Villager habt, dann klappt ihr nochmal die Falltüren hoch, sodass man da nicht runterfällt und dann wartet ihr halt, bis sich da nochmal zwei Villager quasi gebildet haben und die größer werden. Und wenn ihr dann vier große Villager habt, dann könnt ihr halt, wie gesagt, die Traptors wieder umklappen und von da an fallen dann halt die Babys immer nach unten und werden dann halt dahin gebracht, wo ihr sie halt hinhaben möchtet. Insgesamt war es das jetzt von dem Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr bis hin geschaut habt, schreibt mal Hashtag Liebe in die Kommentare. Und wie gesagt, wenn ihr noch wissen wollt, wie man Dörfer zum Beispiel in Minecraft findet oder auch wie man halt Dorfbewohner Zombies heilen kann von ihrer Zombie-Krankheit, sage ich mal, dazu habe ich auch schon Videos gemacht, die verlinke ich euch in der Beschreibung. Und ansonsten, wie gesagt, Hashtag Liebe in die Kommentare und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren Video. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao. Vielen Dank.